Es gab dann Sina, man ging zu Leuten, da hat man ihnen gesagt, ja, der gibt 100 Dinar und ist alles vorbei. Der hat ihm 100 Dinar gegeben. Der Prophet hat davon gehört. Jetzt das Urteil, was die Leute gegeben haben, ist das das Urteil Allah? Nein. Der Prophet hat davon gehört. Der hat nicht gesagt, die Leute sind Kuffar. Der hat nicht gesagt, die Leute haben den Islam verlassen. Ein. Zweitens, der Prophet Mohammed S.A.W. sagt, es werden Leute von meiner Ummah, als Sina, jetzt tachlulun al-Hira, wal-Harira, wal-Khamra, wal-Mahazif. Al-Stihlal, das heißt, die werden das als Halal praktizieren. Sina, Unzucht, Harir, Zayde, für Männer. Al-Khamr, Al-Khol, berauschendes, al-Mahazif, Instrumente. Wieso sagt der Prophet Mohammed S.A.W. von Ummah? Wenn sie keine Muslime geworden sind, wieso von Ummah? Und das nennen die Gelehrten al-Sihlal al-Amali. Das heißt, in ihren Taten machen sie das so, als ob das erlaubt wäre. Aber die erlauben das nicht. Man sagt, wir wissen, das ist Haram, aber wir machen das Haram. Und das gilt auch das Gleiche für diese Ayat. Deshalb sagen die Gelehrten, Wenn, ein, die Ayat erstmal, die sind nicht spezifisch auf die Führer. Und diejenigen, die sagen, die sind die Ayat von Surat al-Ma'idah betruglich Führer, die nehmen die Meinung von Khawarij wa Mu'tazila wa al-Iyadu billah. Das ist nicht die Meinung und Ansicht von, äh, das ist nicht die Ansicht von Ahl al-Sihlal al-Jama'ah. Ahl al-Sihlal al-Jama'ah sagen, die Ayat sind allgemein. Beispiel, du willst beweisen. Wa, Men. Dieses Wort Mann im Arabischen, das heißt Wer. Und Wer heißt nicht für eine Person, sondern allgemein. Lam Yahkum, das ist ein Mudara' Verb, das wird Präsenzverb. Im Arabischen, wenn ein Präsenzverb und davor kommt, lernt, das ist auch allgemein. Das ist die Allgemeinheit. Al-Kafirun. Alef und Lam, das ist Alef und Lam al-Istigraq. Das bedeutet allgemein. Al-Kafirun ist das Wort wie Fa'il. Und Fa'il im Arabischen, das bedeutet sozusagen Al-Wazin, wo Al-Wazin Fa'il, das ist auch allgemein. Warum hat man das dann spezifisch gemacht auf bestimmte Gruppe? Und das hat Ibn Abbas auch gesagt. Und das hat Abu Mijlis gesagt. Und das hat Limam Ahmed gesagt. Und das haben andere auch gesagt, dass dies nicht nur, ja, Al-Kafirun, dass dies nicht nur für die Führer ist, sondern solche Ayat sind für alle. Deshalb, wenn ein Eier allgemein ist, dann sollte man nicht nach seinem Kopf und nach seiner Meinung spezifisch machen. Das heißt, ich rede nicht jetzt von den Führern, die heute sind oder die früher sind. Ich rede über religiösen Urteile. Über die Religion. Jetzt, was ist mit Präsident X oder König Y? Das hat eine andere. Deshalb, du musst unterscheiden immer zwischen einer allgemeinen Aussage und zwischen einer spezifischen Ansichten. Wenn man sagt, König X, Präsident Y, dann muss man erstmal Ikamet al-Hujja machen. Dann sagt er, der wird mich abgefüllen. Dann schweig. Aber du sitzt hier in Deutschland. Du isst Milka. Und du gehst, du klaust Schokolade von Aldi. Ja? Und Wal-Iyadu Billah. Jeden Abend in der Disco. Mit Mädchen und so weiter. Salat al-Subach gibt es nicht. Ich rede von extremen, von extremen Fällen. Aber manche, die hier sitzen und der fängt an. Der ist Kader und der ist Kader. Und du? Was ist mit dir? Was ist mit dir? Du unterschreibst doch, wenn du einen Pass beantragst. Was machst du, wenn du unterschreibst? Ja. Das geht für dich, aber für die anderen nicht. Für die anderen Kuffer, aber für dich nicht. Möge Allah uns bewahren. Deshalb aufpassen. Gibt es in der Menhaj von der geretteten Gruppe die Anstrengung, um einen islamischen Staat zu gründen? Wenn nein, begründen Inshallah. Achhi, Barakallahu Fik. Du bist hier in Deutschland. Wir haben in Deutschland weder Anstrengungen, in Deutschland zu islamisieren, oder hier einen Staat zu gründen. Weil wir hier, wir wollen mindestens unsere Religion pflegen. Das ist, was wir hier in Deutschland haben. Und wenn man zu weit im Glauben geworden ist, dann Maschallah, ich meine da. Was macht man hier in Deutschland? Darf man Polizist werden in Deutschland? Nein. Auch nicht in den arabischen Ländern. Die Taqfir-Regionen sagen, dass Unwissenheit keine Entschuldigung ist. Stimmt das? Ich bin verwirrt. Erstmal, wer sind Taqfir-Regionen? Taqfir-Regionen sind diese Leute, die übertrieben in Taqfir. Was ist Taqfir? Die Leute vom Islam auszuschließen. Erst Kaffir, erst Kaffir, erst Kaffir, erst Kaffir. Die sagen, Unwissenheit ist keine Entschuldigung. Okay. Das bedeutet, die nehmen die Aussagen von Mu'tazila und Khawaric. Weil die Khawaric und Mu'tazila sagen, Unwissenheit ist keine Entschuldigung. La hallo la qutalim. Jetzt eine Person weiß nicht, dass das Haram ist und er macht das. Ist das keine Entschuldigung für ihn? Erstens, zweitens, als die Fahaba dem Propheten Muhammad SAW gesagt haben, wir wollen auch einen Baum, wie sie einen Baum haben, damit wir unsere Schwerte hängen, wie sie, damit wir Segen ersuchen. Wieso hat der Propheten Muhammad SAW sie entschuldigt? Wieso hat der Propheten Muhammad SAW denjenigen entschuldigt, der ihm gesagt hat, oh Prophet, du hast diese Entscheidung getroffen, weil er dein Verwandter ist? Wieso hat er den Leuten entschuldigt, die etwas gemacht haben, was sozusagen Kuffer war, weil sie neu im Islam waren? Mu'az hat sich vor dem Propheten Muhammad SAW niedergeworfen. Darf man sich niederwerfen vor einem anderen? Was ist das in unserer Aqidah niederwerfen vor anderen? Okay, wieso hat der Propheten Muhammad SAW ihn entschuldigt? Klar, und deshalb, Unwissenheit ist ein Hindernis, das man textiert ausspricht. Du sagst ein Wort, du meinst das nicht. Ein Mann sagte, oh Allah, du bist mein Diener, ich bin dein Gott. Wieso hat der Propheten nicht gesagt, der ist Kaffer? Der Diener, der hat gesagt, wenn Allah mich bezwingen kann, dann wird er mich bestrafen. Deshalb hat er seinen Kindern befohlen, dass sie ihn verbrennen und seine Asche dann verteilen auf Meer und Erde. Das ist alles, die sind alle Beweise. Sowieso ein menschlicher Verstand wird das bestätigen. Wenn etwas nicht, wenn eine Person nicht weiß, dann kannst du ihnen, warum hat Allah unsere Propheten dann gesagt? Alhamdulillah, die Taqfirien sagen zu mir, man muss Taqfir machen, ansonsten wird man selber auch Kaffir. Soll man sich abneigen vor dem, der diese Sünde gemacht hat, oder muss man Taqfir machen? Du musst kein Taqfir machen. Das ist nicht dein Thema, Taqfir zu machen, Barak As-Law Fikir, sagt Allah Khayran. Taqfir ist nicht das Thema für dich, sondern das ist für die großen Gelehrten. Und für die Leute, die Instrumente des Wissens haben, dazu, wer sagt, dass Taqfir eine Pflicht in der Religion ist? Wo ist der Beweis? Der sagt, was hat Jaqfir mit Taqfir zu tun? Diese Personen haben das nicht verstanden. Al-Kufr mit Taqfir, das heißt, abschwören, was gegen den Islam ist. Allgemein. Dass du keine Götzen anbetest. Hier in der Ayah, Al-Kufr mit Taqfir bedeutet Götzen. Dass du keine Götzen anbetest, dass du das abschwörst und so weiter. Aber das hat nicht mit Taqfir zu tun. Wenn du nicht weißt, dass eine Person Kafir ist, wird Allah dich fragen. Und diese Regel, die sie behaupten, Imaman Kaffara, Malemju Kafir, Kafir, Vawu Kafir. Erstmal, wo ist der Beweis dafür? Wer hat das gesagt? Erstmal, das ist eine Regel vom Gelehrten. Die meinen, wer nicht sagt, was Kufr ist, das Kufr ist. Aber das ist nicht jedem angesprochen hier. Sondern derjenige, der Wissen hat. In dieser Sache. Keiner wird dich fragen am letzten Tag, ob Taqfir angenommen. Kennst du eine Person, die heißt Sokomoko? Ist Sokomoko Kafir? Ha? Wieso? Sagst du nicht, Sokomoko ist Kafir? Du hast kein Taqfir gemacht, du bist kein Muslim. So ist die Regel bei ihnen. Ja. Du fragst ihn jetzt mal, wird Allah mich nach Sokomoko fragen? Der sagt, nein, wir meinen nicht Sokomoko. Wir meinen Präsident und sowas. Ja, aber die Regel bei Ahl-Sinna und Jemaah ist anders. Diese Sache, dass man nur die Führer als Kufr bezeichnet und immer gegen sie ist und gegen sie kämpfen will, das ist nicht Männheit von Ahl-Sinna und Jemaah. Das ist nicht Männheit von Ahl-Sinna und Jemaah. Ja. Vielen Dank.